Neuübernahme des traditionellen Gasthauses Bocci durch die Familie Kürer in Fischer-Ment. Künftig wird das neue Gasthaus unter der Bezeichnung zum goldenen Adler geführt. Wie geht es am ersten Tag, wenn man da arbeitet? Ja, ein bisschen stressig, aber trotzdem, es macht Spaß, wir freuen uns und hoffen, dass alle anderen sich auch freuen, unsere Gäste. Was war denn hier zu bewerkstelligen beim Umbau? Also das Gasthimmer hier außen, das war eigentlich ein totaler Schaden, da war der Boden hin, da waren die Decke kaputt, da waren die Wände kaputt. Es ist der Putz runtergefallen, es waren bis zu 15 Zentimeter kaputt, der Putz drauf. Wir haben runtergegraben müssen, einen halben Meter Boden neu aufbauen. Es war auch keine Lüftung hier drinnen, wir haben auch neu installierte Lüftung. Sechs Wochen haben wir das bewerkstelligt gehabt. Wunderbar umgebaut, ich bin sehr als Fischer-Ment eigentlich sehr stolz, dass wir jetzt den sogenannten Dorffisch-Ment wieder ein Gasthaus haben. Wir haben im Dorffisch-Ment schon einen Chinesen noch, aber jetzt haben wir wieder ein gestandenes Wirtshaus, das immer ein Fisch-Ment gegeben hat, seit 50 Jahren. Wir sind froh, dass wir in Fisch-Ment wieder unser altes Gasthaus im neuen Glanz haben. Jetzt sagen wir hier Wild, Gasthaus, Restaurant, es gibt vier Sterne, fünf Sterne, es gibt alles. Was ist das wirkliche Wirtshaus? Ich sage, ein wirkliches Wirtshaus hat einen Stammtisch und hat seine Stammgäste, hat einen Frühschoppen, wo es in der Früh einfach schon rund geht, speziell am Wochenende, Samstag, Sonntag, wo die Stimmung für das Wochenende vorbereitet wird. Ob das jetzt über Fußball oder über Politik geredet wird, genau das ist das, was das ausmacht. Was wird die Linie dieses Wirtshaus sein? Regional, Hausmannskost, gute Hausmannskost, alles selbst gemacht, mit regionalen Produkten. Wird es saisonale Sachen geben? Natürlich, saisonal auch. Es schaut den Fisch-Ment schon ein bisschen schlimm aus, mit dem wir sie zusperren und hier wird die Reaktion noch hochgehalten. Der Umbau, die Restauration ist hervorragend gelungen. Ich wünsche der Familie Kürer wirklich alles Gute und sehr viel Glück mit ihrem neuen Lokal. Ich bin froh, dass heute wieder ein Gasthaus neu eröffnet hat, sozusagen, weil es im Moment sicher in der Gastronomie schwierig ist, sich dauerhaft zu behaupten. Aber es gelingt doch, dem einen oder anderen Standort sich weiterzuentwickeln und ich wünsche den jungen Damen da im Fisch-Ment alles Gute. Und ich glaube, dass Fisch-Ment sicher ein weiteres oder das neu aufgesperrte Gasthaus, das ehemalige Bozi, verträgt. Wir haben ja ein großes Wirtshausstärken hinter uns. Ich darf nicht vergessen, wir haben ja ein berühmtes Fisch-Restaurant gehabt an der Donau. Die mussten zusperren und jetzt haben wir da plötzlich einen, der sich da bemüht und ich hoffe, dass das da geht. Wobei ich das natürlich hatte, das war eine Bedienung, wo ich mich tue auch, dass die unbedingte Kegelbahn, das ist ja schon immer bestanden, aber verfallen. Und die Familie Kürer ist jetzt da bereit. Es gründet sich ein Verein. Wir haben ein Stück Bahn, aber in Freien. Und da kann man das im Winter auch betreiben. Es ist wichtig, man muss um jedes Wirtshaus kämpfen. Und da bin ich als Bürgermeister sehr froh, dass uns das mit diesem neuen Wirtshaus gelungen ist. Wir werden natürlich auch daran arbeiten, dass es auch in Zukunft noch mehr Wirtshäuser gibt. Und dass sich vielleicht noch mehr Unternehmer bereit erklären, ein Wirtshaus aufzusperren. Jetzt eine Frage an Sie. Wenn Sie da so ein Wirtshaus sehen, was essen Sie denn am liebsten? Was ich am liebsten esse, alles gut und viel.